Ja hallo, ich bin Dennis Albrecht und ich bin unabhängiger Filmemacher hier in Hamburg und drehe wirklich meine Filme so wie sie kommen, so wie ich Lust drauf habe. Das ist das Schöne an der Unabhängigkeit, dass man nicht irgendwie bestimmte Sachen bedienen muss, sondern man sucht sich selber seine Interessen aus und das verführe ich jetzt seit 30 Jahren. Also meine ersten Filmerfahrungen habe ich in West-Berlin gesammelt. Da bin ich nämlich geboren worden und da hatte man den Kudamm, den Wundervollen. Ganz am Anfang hatte man den Zoopalast und später dann eben noch die ganze Kette an Kinos. Und da hat man natürlich so in 80er Jahren gerne Disney-Filme geguckt. Dschungelbuch kam da auf, Kappa und Kappa irgendwann und Susi und Strolsch. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge, aber das waren so meine ersten Kinoerlebnisse. Auf großer Leinwand diese Zeichentrickfilme. Also auf jeden Fall war die Kinoinformation, welcher Film läuft, ganz anders. Wir hatten ja kein Internet damals, 80er Jahre sprechen wir drüber. Und da gab es Litwasszäulen in Berlin. Also da, wo eben heute noch so ein bisschen die Werbung drauf ist und beleuchtet ist heute. Das waren eben die Litwasszäulen damals. Die hatten ein Kinoplakat drauf und dann konnte man alle Berliner Kinos dort, auch als Kind, habe ich die dann sofort abgecheckt und habe gesehen, oh ja, Klingelbuch läuft heute im Zoopalast. Mama, Papa, ich will da hin. Wenn ich in bestimmte Kinoketten gehe, dann fühle ich da nichts. Dann kann man sich auch wirklich alles zu Hause angucken. Und es muss auch Geschichte irgendwie dabei sein oder was an Programmen, was mich speziell interessiert. Der Ort macht viel aus, wie zum Beispiel eben hier das B-Movie. Das hat eben diesen Hinterhof-Garagen-Charakter und das als Initiative. Dass jemand das aufgebaut hat als Verein und ich das weiß, dass ich mit meinem Geld, was ich dann ausgebe für den Eintritt, auch Gutes tue, diesen Verein zu erhalten. Und deswegen suche ich mir manchmal auch Kinos aus und Filme, die in diesen Kinos laufen, wo ich auch etwas bewegen und tun kann. Also man kann auch mal zu Filmen sagen, ich bin dazu auch gekommen, weil ich habe gerne gezeichnet, ich habe gerne Geschichten geschrieben, ich habe gerne Filme geguckt und Musik gehört. Und alles zusammen ist Film. Und deswegen komme ich immer wieder in meinem Leben dazu, meine Kreativität im Film auszutoben, auszuüben. Und ja, ich kann davon irgendwie nicht wegkommen, habe es mal versucht. Aber immer wieder greift es mich und ich will etwas über diese Medien erzählen, was mir gerade so im Kopf herumspukt. Und das muss dann auch sofort raus. Da kann ich nicht auf Fördergelder warten oder Sonstiges. Deswegen ist man Independent Filmer geworden, weil man soll das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist. Das ist meine Devise. Das war die Schuld von meinem Vater. Der hat in den 70er Jahren oder sogar Anfang, Ende der 60er eine Super 8 Kamera gekauft, um das Familienleben aufzunehmen, um es zu dokumentieren, wie die Kinder aufwachsen. Das war damals sehr angesagt, dass man diese Kamera sich leisten konnte. Dreieinhalb Minuten im Magazin und dann wurde drauf gedrückt. Und das habe ich mir als Kind natürlich dann angesehen, weil mein Vater hatte auch einen Projektor. Und dann gab es hier so bei acht Filmabende. Und das hat mich total fasziniert. Die Leinwand wurde hochgezogen und irgendwann konnte ich das selber, auch den Projektor mal selber bedienen. Und da habe ich mir gesagt, da möchte ich auch mit der Kamera ein bisschen rumspielen. Und ich glaube, ich habe mit sechs Jahren meinen ersten Zeichentrickfilm dann gedreht, was heute in der Kita immer wieder mit dem Programm gemacht wird, dass man Animation üben kann. Das haben wir damals mit dieser Legetechnik gemacht und das war was ganz Besonderes für mich. Man hatte ja bei Disney viele Layer gehabt, dass immer wieder Goofy in einer anderen Zeichnung dann wieder draufgelegt wird und immer Stück für Stück, Bild für Bild und dann 24 Bilder eine Sekunde ergeben haben. Das ist richtig viel Arbeit und ich habe dann einfach nur meine Figuren, die ich gemalt habe, ausgeschnitten, habe sie auf eine Pappe gelegt und habe sie dann immer ein kleines bisschen durch das Bild bewegt. Das Timing war desaströs. Als ich das meinen Verwandten vorgezeigt habe, haben die überhaupt nicht verstanden, um was es in dieser Geschichte geht. Und von daher, ja, Timing ist die Frage, so auch heute bei den Animationsprogrammen, dass man eben diese Bewegung auch richtig hinbekommt, dass man eine Geschichte erzählen kann. Die Doku Kino 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 heißt sie jetzt, ist 2008 gestartet. Und zwar habe ich mir damals gesagt, mir ist aufgefallen, immer wieder sind Kinos in der Krise in Hamburg. Einige mussten schließen und 2008 war wirklich ein richtig hartes Jahr. Und ich wohnte in der Nähe vom Grindel. Da hat er dann eben der Grindel Filmpalast zugemacht, wegen der Uferkette, die in der Krise war. Und da habe ich mir gesagt, das würde ich gerne mal irgendwie dokumentieren, wenn schon das Kino hier vor der Haustür zugemacht werden soll, weil ich habe dann mitbekommen, dass sich ein Verein gegründet hatte, ein Rechtsanwalt sich kostenlos zur Verfügung gestellt hat, um dagegen mal vorzugehen. Gegen diese Immobilienspekulation und wie die Stadt damit umgegangen ist, das war auch desaströs. Und das habe ich dann mal angefangen, 2008. Habe Interviews geführt. Das Material, damals TV-Material, lag dann lange auf den Kassetten herum. Ich wusste nie, was ich mit diesem Wust irgendwann mal machen könnte. Klar, es waren schöne Interviews. Das Kino ist dann irgendwann eben weggegangen. Es ist abgebrochen worden und nicht mehr existent heute. Aber dann kam eben ein weiteres Kino dazu. Und ich habe den Verein eben kennengelernt, der darum gekämpft hatte. Und das resultierte aus der Sneak Preview im Grunde, der englischen Sneak Preview. Und bei diesen Dreharbeiten habe ich dann auch meine Frau kennengelernt. Und wir haben zusammen eben den Umzug ins Streitsfilmtheater gemacht, das ich in diesem Sneak Team dann gearbeitet habe bis heute. Und das Streitsfilmtheater ist dann auch Immobilien und Spekulation zum Opfer gefallen. Und dann hatte ich Material, weil ich habe immer wieder im Streitsfoyer in dieser tollen Bar, im Kino Filme gedreht, mal zufälligerweise, mal waren es Projekte. Und auch da hatte ich plötzlich Material. Und es ging immer so weiter, dass ich das Realtor in Wilmsburg mit ausgegraben habe, wieder geöffnet habe, wieder geschlossen habe. Also in dem Team drin war von Herrn Reifenrath. Und dann hat sich ein Kino nach dem anderen da angereiht. Und erst in der Pandemie, in den letzten Jahren, hatte ich mal die Zeit, das ganze Material zusammenzuraufen, zu sichten. Das ist auch so ein bisschen das Problem des Independent Filmmakings, dass man alles alleine machen muss, zum größten Teil jedenfalls. Und ich erst durch die Pandemie die Zeit und die Ressourcen dazu hatte, einen Film von 2008 zu finalisieren. Meine Filmtipps handeln heute vom Kino, natürlich. Und zwar über Kinos. Die Hauptdarsteller sind im Film, also Filme, die in Kinos spielen. Da ist natürlich Cinema Paradiso oder eben Purple Rose of Cairo. Aber ich habe noch andere ausgewählt, die durch die Kinotour entstanden sind. Weil durch unsere Dokumentation über Kino, über Kino sterben, habe ich dann natürlich auch Kinos kennengelernt, durch Filme, die dort angedockt worden sind. Wir haben immer mal ein Rahmenprogramm gemacht, das nicht nur mein 60 Minuten läuft, sondern eben im Metropolis oder bei anderen Veranstaltungen haben wir noch einen zweiten Film dazu getan. Und so habe ich auch andere Filme über Kino kennengelernt. Als allererstes habe ich einen Film mitgebracht, als Tipp. Und zwar letztes Jahr rausgekommen, Sam Mendes, Empire of Light. Da kommt dieses Kino bei vor. Und zwar ist dieses Kino in der Grafschaft Kent in Großbritannien. Und da spielt das Ganze. Olivia Colman ist eine Figur, die eine Kassiererin spielt und in diesem Kino arbeitet, sich da durchsetzen muss. Und das Ganze spielt in den 80er Jahren. Und das Lustige ist, ich war auch in den 80er Jahren an diesem Ort in Margate mit Familienurlaub. Ich habe aber dieses Kino nicht gesehen. Ich dachte, Margate, kennst du doch, da warst du schon mal. Aber dieses Gebäude ist mir tatsächlich damals nicht aufgefallen. Gut, ich war elf, zwölf und hatte da noch nicht so den Hang dazu. Aber ich fand das ein schönes Wiedersehen. Und dieses Kino, wie gesagt, gibt es wirklich dort. Und die Ausstatter haben das dann auch mal richtig alt gemacht. Aber deshalb ein wunderbarer Film mit einem Kino als Hauptdarsteller. Tipp 2 kommt aus der Kinotour. Da waren wir in Wilmsburg und haben für das Rialto, was eben damals abgebrochen worden ist, 2013, da ist dieses 100 Jahre alte Kino dem Bagger zum Opfer gefallen. Und daneben ist aber noch ein weiteres Gebäude, wo jetzt ein alternatives Kino eingezogen ist. Und zwar heißt es gegenüber dem Rialto das Rinouto. Kleiner Wortwitz von den Machern. Und dort haben eben die Kinomacher einen Film gezeigt. Und zwar von England 1957, The Smallest Show on Earth. Mit Peter Sellers als Kinovorführer, der ein runtergekommenes Kino zwischen zwei Eisenbahngleisen, so richtig zusammengefärscht, dieses kleine Kino zwischen den Brücken, irgendwie noch zum Leben erwecken muss. Und es gibt eine wunderbare Szene, wo er als der Zug vorbei rattert, mit dem Projektor kämpft, dass der nicht auseinanderfällt durch die ganze Vibration. Und Peter Sellers hatte man damals noch gar nicht so groß auf der Uhr. Aber eine wunderbare Rolle Kinovorführer Quill hieß er. Und Margaret Rutherford, auch sehr bekannt als Miss Marple. In einer ganzen Filmreihe ist dann die Kassiererin. Und es ist so schön in schwarz-weiß, so süß erzählt in 80 Minuten. Auch Filmtipp. Und der ist übrigens auf Dailymotion zu sehen. Tipp 3 ist ein Dokumentarfilm. Natürlich über Kinos. Und zwar 66 Kinos von Philipp Hartmann. Den haben wir damals auch im Rahmenprogramm gezeigt. Und zwar ist er eine Woche später dann gelaufen im Renaulto, als das eben als Monatsprogramm mit Schwerpunkt Kino gezeigt worden ist. Und er hat im Jahr 2016, glaube ich war das, eine Kinotour gemacht mit seinem Essay-Film Die Zeit vergeht wie ein brüllender Löwe. Und da hat er 66 Kinos mit besucht. Also auch eine sehr lange Kinotour. Und hat dann aber seine Kamera dabei gehabt. Und hat diese 66 Kinos innerhalb von, glaube ich, 98 Minuten porträtiert. Hat immer mal die Kinomacher, die Betreiber gefragt. Und es ist eine herrliche Reise durch die Kinolandschaft von Deutschland. Und deshalb ist das mein Tipp Nummer 3. Ja, ich hätte sonst noch einen Tipp Nummer 4. Auch ein Dokumentarfilm. Da weiß ich nämlich auch, wo man den sehen kann. Und zwar auf Vimeo. Und der Film ist von Josef Wutz, der wiederum früher mal das Filmfest Hamburg geleitet hat. Und er hat irgendwann mal an der Ostsee ein kleines Kino entdeckt. Und hat dort mitten im Winter angefangen zu drehen. Und hat den Kinobetreiber gefragt, wie es denn im Winter hier läuft, wenn keine Touristen, keine Gäste kommen. Und hat dadurch ein Porträt gemacht. Der Film heißt Kalifornien hat kein Kino. Kalifornien ist ein Dorf nebenan. Heißt tatsächlich so in Schleswig-Holstein. Und das hat natürlich kein Kino. Es gibt eins daneben, wo man aber auch nicht weiß, wie lange es sich noch hält. Weil auch da gibt es ein Kinosterben. Und es ist ein total süßes 40-minütiges Porträt. Wie gesagt, auf Vimeo über Josef Wutz dann zu finden. Das wäre Tipp Nummer 4. Das wäre Tipp cyciert! Das wäre Tipp Nummer 4. Grüß mوا Consortium Mai